Nach Rot kommt Orange, dann Gelb. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwo. Hey, wie cool. Warte, es geht nicht. Muss man sich bewegen, damit man nicht disconnected ist? Nein, muss man nicht. Okay. Wow. Wow. So viel dazu. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen tatsächlich Among Us. Das habe ich noch nie gespielt. Wir haben auch andere dabei, die es noch nie gespielt haben. Ich glaube Michi. Und wir werden jetzt einmal alle mal dann Hi sagen der Reihe nach. Und dann in den neuen Parts werden wir uns nicht mehr vorstellen. Weil ich werde das so machen. Wir machen jetzt eine große Aufnahmesession. Und dann werde ich das Video in mehrere Abschnitte teilen. Und dann kommen halt mehrere Folgen auf YouTube, auf meinen Kanal online. Also ihr werdet die nächsten Tage viele Among Us Videos sehen auf meinem Kanal. Und mit dabei ist Amelie. Hallo. Wie wäre es mit Hallo sagen, Amelie? Ja, es war gemütet. Moin. Enrico. Hi. Ich. Hi. Fiona. Hi. Lino. Hi. Larissa war zu schlau, um sich umzubenennen. Die heißt hier Lilo. Also wundert euch nicht, wer Lilo ist. Das ist Larissa. Dann gibt es noch Michi. Hallihallo. Miau. Ja, ich habe Hallo gesagt. Man hat es nicht gehört. Und Anja. Wundervoll. Hallo. Hallo. Ich habe verdammt Angst. Das ist für mich die erste Runde. Und für mich. Bitte lasst mich nicht den Poster sein in der ersten Runde. Okay, Leute. Alle sind gemütet. Mein Herz pocht so. Ich habe so Angst. Ach du. Nein. Ernsthaft. Ach du Scheiße. Ich kann das nicht, Leute. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich kommentieren soll. Mein Herz pocht so stark. Ich bin so am ausrasten. Ich versuche zu faken. Ich habe so wenig Ahnung von dem Spiel. Und ich werde jetzt ihn killen und abhauen, weil ich echt dieses Spiel nicht kann. Ich habe so Angst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh mein Gott. Ich habe einen Kill gemacht und ich bin komplett überfordert. Ich gehe mal hier hin. Hier ist Michi. Wir werden mal die Karte faken. Also ich habe schon Videos gesehen, wie das so funktioniert. Und ich fake hier jetzt mal die Karte. Oh mein Gott. Ich bin so am Zittern, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll. Ich tue so, als würde ich urviel failen bei dieser Karte und das einfach nicht schaffen. Ach ja, man kann noch Sabotage machen. Dann machen wir mal Reaktor. Okay, ich habe die Karte mal geschafft. Dann renne ich dorthin, weil ich Panik bin. Weil ich Panik habe und nicht weiß, wie das funktioniert. Renne ich mal dorthin. Es wurde schon gefixt. Ich renne trotzdem mal hin, um nachzuschauen, was dazu abgeht. Okay, interessant. Hier sind einige Leute. Hier ist der Reaktor. Mh, mh, mh. Hier ist Larissa am Tür. Dann schauen wir mal, was die Camps zu machen. Einfach nur, um das zu lernen. Wie kann ich die Camps benutzen? Oh Gott. Wer hat diesen Maddy gefunden? Ich hatte gerade Star-Star-Reaktor. Und ich war gerade fast fertig. Und auf einmal... Also am Anfang war ich da halt, wo man Cardswrap macht. Keine Ahnung, wie der Raum heißt. Admin. Ja, Admin. Da war auch Maddy. Ähm, dann... Ich war da auch. Es waren alle dort. Ja, aber ich war halt etwas später am Anfang da, ja. So, und am Ende war ich mit Lino in der Lexiker. Wo war jetzt die Leiche? Ich habe nicht gefunden, oder? Ich war halt vorne in Dingsbums, in... Wie heißt denn das? Fuck. In diesem Pilotendings. Ah, Navigation. Genau, und damit ich diesen Gang zurück... Gerade weiter oder rauf dann? Also, nochmal rauf. Rauf war es jetzt. Gerade weiter. Okay, dann bist du O2. Okay. Ich kann die Map auswendigen. Ich war halt alleine. Safe Report. Ich glaube nicht, dass Michi es war, weil er auch am Anfang mit den Cardswrap war. Er war da am längsten. Und ich glaube, dass der... Ja, ich habe nicht gecheckt, wie es geht. Ja, ja, man muss das ja schließlich durchmachen. Aber, ich glaube, dass der Kill sehr weit am Anfang war. Und es sind immer nur drei Leute nach rechts gegangen, aber ich konnte mir die Farben nicht merken. Okay, ich habe einen Kill geschafft. Mein Mate leider nicht. Dann machen wir mal weiter. Ich stelle mich hier hin. Uh, es gibt wieder Reaktor Meltdown. Diesmal war das nicht ich. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das Spiel kommentieren soll. Ich versuche mal, das zu deaktivieren. Weil das kann man ja als Impostor auch. Ich habe ja schon ein paar Videos gesehen. Und hier sind einige. Ich wollte ja die Kameras ausprobieren. Dann mache ich das mal. Security. Okay. Oh, Enrico hat da gerade wen gekillt. Oh mein Gott, ich habe es auf Kamera gesehen. Er kriegt jetzt sicher Panik. Warte, ich renne zum Button und tue so, als hätte ich es gesehen. Wie komme ich zum Button? Weil Lino hat es, glaube ich, auch gesehen. Ach, warum? Ja, ich habe fast alle meine Tasks. Oh mein Gott. Ich war bis jetzt nur panisch und habe viel zu wenige Tasks gemacht. Uff. Wenn wir wegen vier verlieren. Ähm, ich habe den Button gedrückt, weil ich eine Leiche gesehen habe, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo die ist. Ich glaube, das ist irgendwo rechts. Hast du die auf der Cam gesehen? Und da ist da keiner sass. Warum? Hä? Warum bin ich hier? Ja, ich habe die Rechte gesehen. Wir können nochmal skippen, bis zu sechs Leuten haben wir Zeit, aber ab sechs Leuten müssen wir voten. Ja. Ich habe gar keinen Plan, wer es sein könnte, Lasto. Ich habe auch Angst, dass ich irgendwann mal vergesse, mich zu muten. Das hätte ich jetzt zum Beispiel fast. Ich kille jetzt Michi. Ne, ich habe es nicht. Ich habe den daneben gedrückt. Und da steht sogar wer. Oh mein Gott. Das hätte wer gesehen. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie man das Spiel spielt. Warum muss ich erste Runde Poster sein? Ich hasse es. Ich mache mal hier so ein paar Sachen. Warte, es hat keiner gesehen, dass ich hier reingerannt bin. Ich glaube, ich kenne Lino und Wente. Wie lange hat man denn Zeit zu wenden? Oh. Ich habe ein kleines Problem. Ich konnte den Button nicht mit... Also Michi hat mich nicht, der hat bei Wappen zu tun. Ich habe Madi Wente gesehen. Nein, 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 du lässt mich erst mal ausreden. Er ist da aus dem Wappen gekommen. Du lässt mich erst mal ausreden. Okay, Madi, Erklärung bitte. Wir hätten das doch oft zweimal machen müssen, dass man zweimal den Button drücken kann. Weil dann hätte ich jetzt nochmal den Button gerückt. Aber jetzt konnte nur Amelie den Button drücken. Und jetzt ist sie natürlich im Vorteil. Weil es glaubt jeder Amelie, weil sie den Button gedrückt hat. Aber ich wollte auch den Button drücken. Und ich rede viel zu schnell, dass keiner saß. Ich habe keine Ahnung. Also ich war halt da, wo man sich scannt. Ich habe die Aufgabe neben dem Scan gemacht. Dann habe ich Madi aus dem Wappen gesehen. Aber Michi ist auf jeden Fall nicht. Michi hat Weapons gemacht. Das siehst du rechts außen, dass er schießt. Ich war bei der Security Cam und bin dann nach oben gelaufen. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Okay, sehr gut. Ich habe mich in Sicherheit gefühlt. Immer wenn die Camps an sind, fühle ich mich sicher. Dann bin ich halt da gewesen, wo dann Amelie gewandet ist. Ich sage, es ist Amelie. Ja, ich glaube auch Madi ist mir zu lost wenden, also sammeln. Ich habe ihn doch wenden gesehen. Ich habe keinen Plan. Woten wir jetzt Amelie? Madi, ich hasse dich. Ja, wir woten Amelie. Madi, ich hasse dich. Weißt du das? Ich bin es aber nicht. Glückwunsch. Das sagen sie alle. Das Ding ist, sie werden jetzt mich voten, weil es Amelie nicht ist. Verdammt. Das ist nicht gut. Kielst du die? Wir haben halt beide noch cooldown, glaube ich. Ja, lass zusammenlaufen. Lass zusammenlaufen. Ich habe dich gerade... Wir konnten mir an mich glauben. Wir konnten mir nicht glauben. Oh mein Gott. Erste Runde Imposter gewonnen. Nein, ich habe gewonnen. Ich bin ein Crewmate. Dankeschön. Ich werde sofort verreckend. Ich sage es euch. Was sind unsere Tasks? Okay, jetzt können wir auch mal die Karte benutzen. Ich muss da oben einen Task machen. Sehr schön. Leute, bleibt mal hier. Download. Ach ja, okay. Das dauert ein Weilchen. Ai, 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 ai. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich diese Videos schneiden soll, weil ich noch nie Among Us aufgenommen habe. Diese Leute, die gerade hier sind, die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Oh, ich muss auch die Karte machen, ob ich das hinbekomme. Ich bekomme es nicht mal aus der Tasche. Nein. Nein. Ja. Oh Leute, ich bin ja so gut. Michi bekommt es nicht hin. Oh, da faked er, weil der läuft die ganze Zeit so hin und her. Michi hätte mich halt schon killen können. Dann mache ich mal hier die Kabel. Ich bin so dumm, weil ich immer noch am Zittern bin. Aber ich lebe noch. Das ist toll. Ich bin alleine. Das ist gerade nicht so schön. Okay, da ist Amelie. Okay. Wird sie sich rächen bei mir? Nein. Bis jetzt nicht, weil hier zu viele Leute sind. So, ich schaue mal auf die Camps. Machen gerade zwar eh sehr viele, aber ich will auch was sehen. Oh mein... Ich habe alles gesehen. Okay, wer war's? Ich habe alle meine Tasks. Beck hat Ange umgebracht und ist irgendwie gewendet. Wow. Sie hat zuerst auf die Camps geschaut, hat dann Ange gekillt zwischen Reaktor und Camps und ist dann abgehauen. Ich glaube, war die Ausnahmsweise. Beck sagt nichts dagegen. Das ist irgendwie eine Verteidigung. Ich sag nichts. Tut mir leid, Beck, aber ich habe alles gesehen. Lost. Lost. Ach ja, übrigens, Leute. Ich hoffe, es passt alles mit dem Ton, dass alle halbwegs gleich so laut sind und mit dem Spielsound. Ich bin froh, dass die Lichter nicht ausgehen, weil das... Oh, verdammt. Weil... Das ist ziemlich nervig. Ich bin froh, dass die Impostor das nicht machen. Sie machen auch generell sehr wenig Sabotage. Alle sind bei den Camps. Alle sind gemeinsam. Der Impostor hat keine Chance. Ja, komm, lass gemeinsam laufen. Ach, ich bin froh, dass ich zuerst im Hab schon so viele Videos gesehen habe. Als ist ein neuer Task aufgeploppt. Was ist das denn? Ich bin der Letzte, der einen Task machen muss. Kann das sein? Weil da oben der Balken ist zu wenig. Alter! Du! Gah! Wer war's? Wer war's? Äh, Rot! Amelie! Amelie! Ich hab eine Frage. Amelie! Warum hast du ihn nicht getötet? Ich hab mich so auf dich verlassen! Wir waren ja zu zweit mit... Tut mir leid, ich bin total schlecht als Impostor, okay? Ich hab mich so auf dich verlassen! Warum hockst du denn bei Camps die ganze Zeit? Was ist denn das? Gonnarants her. Doch, und weg, dort. No, um, summer zumindest! Dann잔! kwam in die L год Knock olikum. Jag cimento nach. W interface mili. Bis zum nächsten Mal.